Zu Besuch bei Putin ist überraschend Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Das teilte sein Sprecher mit. Seit 2022 ist Orban der erste europäische Regierungschef, der den russischen Präsidenten im Kreml besucht. Und das nur drei Tage nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, den er unsanft zu einer Waffenruhe für Friedensgespräche aufforderte. Orban macht da keinen Hiel daraus, Putin und auch Russland zu unterstützen. Okay. Okay.